Ich mache gerade ein paar Messer-Unboxing-Videos, weil ich mal wieder eine kleine Lieferung bekommen habe von meinem Lieblingshändler. Ich sage es immer wieder, Lieblingshändler auf Amazon, ich habe schon so oft da bestellt. Ich werde den Link unten reinsetzen von dem Messer und von dem Händler. Der bezahlt bei dem Amazon-Händler auch nur einmal Versand. Kosten pro Lieferung. So, hier haben wir diesmal, ah, vom Gewicht her ist das wirklich ganz okay. Mal gucken, wie die Verarbeitung so ist. CRKT steht da drauf. So sieht es aus, es ist wie so ein Igel drauf, so ein Adler halt. Von der Verarbeitung her wirklich ganz okay, wir haben mit Gürtelklippen, die haben alle einen Gürtelklippen. Die Klinge bewegt sich auf jeden Fall nicht, noch nicht. Okay, es könnte, es ist zwar scharf, aber, oh doch, es ist scharf, man muss nur im richtigen Winkel anhalten. Ja, wie immer, ein schönes Messer. Ziemlich rau hier, ich weiß nicht, warum es so rau ist, ob das so rau sein soll. Ich habe jetzt aber leider auch keinen, ich wollte euch gerade die Länge sagen. Ja, guckt einfach in den Link rein. Werdet ihr sehen, da steht ja immer alles bei. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Yes. Yes. So. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ähnliches da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr euch für die Messer interessiert, guckt einfach in die Videos rein. Die sind auch vertreten. Bis denn dann, ciao. Bis denn dann. 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 Bis denn dann.